Die Kinnspitze ist einer der wichtigsten Faktoren, wenn es darum geht, die Kinnkontur zu behandeln, aber auch wenn es um das Verhältnis Lippe-Nase zu Kinn geht, braucht man so eine Korrektur und das Ganze erfolgt in ganz einfachster Art und Weise durch ein Facharzt für plastische ästhetische Chirurgie und man hat schnell ein Ergebnis.